Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Video über den Baofeng Killer, das Quansheng UVK5. Das Gerät hat ja 200 Speicherplätze und die kann man nutzen, um Relais rein zu programmieren oder Empfangskanäle zu programmieren. Das kann man relativ bequem hier am Gerät selber machen, noch bequemer und noch einfacher geht es allerdings mit der kostenlosen Programmiersoftware. Wie die funktioniert, woher ihr die bekommt, all das erfahrt ihr jetzt. Als allererstes müssen wir uns mal die Software herunterladen. Das geht auf der Webseite von Quansheng unter qsfj.com. Geht dann hier oben neben dem Logo einmal auf EN, dann kommt ihr zur englischsprachigen Webseite und hier dann mit der Maus über Services and Supports und runter auf Download Center. Das einmal anklicken, dann weiter nach unten scrollen bis zu den Analog Radios und hier findet sich dann auch das UVK5. Das klickt man dann einmal an, dann kommt man in den entsprechenden Download-Bereich für dieses Funkgerät und hier seht ihr dann gibt es alle Dateien. Hier ist zum Beispiel so eine Anzeige, so eine Art Katalog. Dann haben wir die User Manual, die man sich hier auch nochmal runterladen kann, um sie am Bildschirm zu lesen. Das ist ganz angenehm im Vergleich zur gedruckten Version. Dann die Programming Software, die brauchen wir jetzt und darum klicken wir hier einmal auf Download, dann wird die heruntergeladen. Hier gibt es dann noch die aktuelle Firmware, die aber auch identisch ist, mit der die auf dem Gerät schon aufgespielt ist. Falls sich da was tut, werde ich unter Umständen berichten und hier das übersetzt Google mit Zulassungsbescheinigung. Also irgendwie sowas in der Art wird das sein, was man sich hier auch noch runterladen kann. Ja, wenn dann der Download fertig ist, dann habt ihr eine ZIP-Datei hier und die könnt ihr einfach per Doppelklick öffnen. Da drin ist ein Programm, anonymportablestationcpssetup.en.exe und das entpackt ihr dann oder startet es direkt aus der ZIP-Datei raus und dann einmal installieren, so wie jedes andere Programm auch. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier die Software dann auf dem Desktop liegen mit diesem Icon und da starten wir einfach mal ein Doppelklick, bestätigen hier die Benutzerkontensteuerung und dann wird das Programm hier gestartet und wir können jetzt damit arbeiten. Aber bevor wir das machen, müssen wir zunächst mal jetzt ein entsprechendes Programmierkabel anschließen an das Funkgerät. Weiter geht es dann am Gerät selber und hier brauchen wir leider, muss man sagen, jetzt noch ein klassisches Programmierkabel. Das ist, glaube ich, so der einzige Nachteil, den ich bisher gefunden habe. Das Gerät hat ja hier einen USB-Type-C-Anschluss verbaut, aber man hat leider hier keinen USB-to-Serial-Connector-Chip mit integriert, so dass man einfach ein USB-Kabel hätte anschließen können, um das Gerät mit dem PC zu verbinden. Man braucht dafür ein klassisches Programmierkabel und zwar hier so ein, ja ihr kennt das, so ein Kenwood-Programierkabel, wo hier Lautsprecher und Mikrofon-Klinken-Anschlüsse auf der einen Seite sind und hier so ein etwas dickerer USB-Anschluss, wo sich eben so ein USB-to-Serial-Converter noch drin befindet. Das kann man hier zum Beispiel fertig einzeln kaufen von Baraufhängen, kostet keine 10 Euro, funktioniert wunderbar. Noch einfacher geht es für all jene, die hier so ein Anytone 878 haben. Dort ist nämlich ebenfalls so ein Programmierkabel schon mit dabei, das ist genau dasselbe, seht ihr hier, genau dasselbe Programmierkabel. Das kann man ebenfalls nutzen. Ich verlinke euch das Programmierkabel natürlich unten in der Videobeschreibung, wo ihr das dann euch bestellen könnt, relativ einfach über Amazon. Ja, wenn man dann das Gerät programmieren möchte, und das ist ganz wichtig, dann muss man zunächst einmal das Gerät selber einschalten, bevor man hier irgendwas verbindet. Denn wenn man es andersrum macht, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Also erst einschalten, dann machen wir hier an der Seite auf und stecken nun als zweites hier den Stecker rein. Bitte achtet darauf, dass der wirklich richtig fest drin ist. Der geht tief rein, ihr seht das hier. Das geht also wirklich tief rein und ist dann hier auch so ein bisschen leicht schräg wegen diesem Schutz für den Drehregler hier. Also richtig fest reindrücken. Und in dem Zustand gehen wir jetzt rüber an den PC und stecken hier den USB-Anschluss in den PC rein. Sobald ihr dann das Funkgerät mit dem PC verbunden und auch die Software hier gestartet habt, können wir jetzt als erstes mal die Verbindung herstellen. Schaut dazu in euren Gerätemanager in den Bereich Anschlüsse rein. Dort findet ihr irgendwie einen USB-Serial-Anschluss und das seht ihr, das ist hier COM6. Diesen COM-Port, den müssen wir jetzt in die Software eintragen, damit die weiß, wo sie kommunizieren muss. Und das geht hier oben im Bereich der Settings. Das klicken wir einmal an und wählen dann hier den ersten Punkt COM-Settings aus. Dort dann hier einmal den entsprechenden COM-Port auswählen, COM6 und auf Connect klicken. Sobald wir es gemacht haben, werden hier diese Punkte Read-In und Write-Out auch nutzbar. Und wir können jetzt ins Gerät schreiben bzw. aus dem Gerät lesen. Letzteres sollten wir auch als allererstes mal machen, damit wir uns die aktuellen Einstellungen mal aus dem Gerät ziehen können. Ich klicke das einmal an und dann seht ihr, wird jetzt die Verbindung hergestellt und die Einstellungen werden aus dem Funkgerät heruntergeladen. Das hat jetzt auch geklappt und die sind jetzt auch verfügbar. Das Erste, was ihr jetzt dann machen solltet, ist das Ganze einmal zu speichern, damit ihr hier immer eine Sicherungskopie habt. Deswegen einmal hier auf Save klicken. Und dann sucht ihr euch ein entsprechendes Verzeichnis aus, gebt einen Namen dafür ein und klickt einmal auf Speichern, sodass ihr das dann jederzeit hier per Open auch wieder laden könnt. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr dazu übergehen, hier die einzelnen Einstellungen euch anzuschauen und Änderungen vorzunehmen. Wir gehen mal der Reihe nach durch. Das Erste, was wir hier haben, ist Base-Info. Dort seht ihr die aktuelle Hardware-Version und die aktuelle Software-Version, sprich die installierte Firmware für euer Gerät. Das wiederum, dieses 2.01.19, könnt ihr dann vergleichen mit dem, was online verfügbar ist und eventuell so ein neues Firmware-Update finden. Der nächste Punkt ist dann Function-Key. Wenn wir da mal drauf gehen, dann seht ihr hier die beiden seitlichen Funktionstasten, die es hier gibt. Hier gibt den Side-Key 1, das ist der direkt unter der Push-to-Talk-Taste und der Side-Key 2, das ist der unter dem Side-Key 1 sozusagen. Und hier könnt ihr auswählen, was diese Knöpfe machen sollen. Einmal, wenn ihr sie kurz drückt, also Short Press und für den Press Long, also das lange Drücken, habt ihr dann andere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Ja, wenn wir hier einmal ganz kurz schauen, dann werdet ihr sehen, ihr könnt hier auswählen, dass nichts passieren soll und dann noch so ein paar Funktionen wie Taschenlampe an, die Sendeleistung anpassen, den Squash öffnen, ein Scan starten, Vox an- und ausschalten, ein Alarm starten, FM Radio an- und ausschalten und eben das Aussenden eines 1750-Hertz-Tons. Das ist das, was ihr hier auf diese Sachen legen könnt. Dabei solltet ihr folgendes bedenken. Es gibt hier Sachen, die könnt ihr auch über andere Tasten steuern, wie zum Beispiel den Power Select oder das Scan oder Vox oder auch das FM Radio. Und es gibt hier Sachen, die ihr nicht über andere Tasten steuern könnt, wie die Taschenlampe zum Beispiel, den Monitor, dann den Alarm und eben diesen 1750-Hertz-Ton. Die lassen sich nicht über andere Tasten hier auswählen und aktivieren und deswegen sind die eben auch auf diesen Tasten drauf. Das heißt, wenn ihr hier irgendwas ändert, dann geht euch diese Funktion komplett verloren. Das ist natürlich beim Monitor oder auch beim 1750-Hertz-Ton nicht so schön. Bei der Taschenlampe oder dem nutzlosen Alarm kann man das hingegen, denke ich mal, ganz gut verkraften und kann sich dann zum Beispiel hier Power Select oder auch den Scan noch zusätzlich drauflegen. Im Bereich Common Settings haben wir dann die grundlegenden Einstellungen des Gerätes. Hier habt ihr zum Beispiel so etwas wie diesen Timeout-Timer, dieses TOT-Schaltung, die ist hier standardmäßig auf zwei Minuten, kann man dann hier auf fünf Minuten setzen. Hier habt ihr den Backlight, also die Hintergrundbeleuchtung. Ihr seht, maximal lässt sich hier fünf Sekunden aktivieren und mehr ist leider nicht drin. Ihr könnt es auch komplett ausschalten, wenn ihr diese Beleuchtung nicht braucht. Ja, dann habt ihr hier noch so Sachen wie Tailtone Elimination, da weiß ich gar nicht, was das ist, Beep. Da könnt ihr die Tastentöne ausschalten. Hier könnt ihr entscheiden, wie der Scan funktionieren soll, wenn er was findet. Hierüber könnt ihr den Squelch einstellen, also wie stark die Raussperre sein soll. Ihr könnt hierüber die Sprachausgabe steuern, die da mit dabei ist. Könnt ihr hier einen ausschalten oder auf eine Sprache setzen. Dann gibt es hier so etwas wie diesen NOAA-Wetterkanal, den es in den USA gibt. Hier könnt ihr auswählen, One-Key-Call-Channel, welcher der gespeicherten Kanäle euer Call-Channel sein soll, also euer Standardkanal, den ihr auch über die Call-Taste aufrufen könnt. Könnt ihr zum Beispiel auf 1 lassen. Dann gibt es hier den Punkt beim Einschalten des Gerätes. Was soll da passieren? Ihr könnt einmal alles schwarz schalten lassen, eine Info, eine Welcome-Info, eine Text-Info anzeigen lassen oder die Spannung des Akkus, standardmäßig hier die Welcome-Info. Und dann kann man hier zum Beispiel etwas Eigenes, eine eigene Nachricht hinschreiben und als zweites dann vielleicht noch das Rufzeichen oder sowas. Das lässt sich hier dann zum Beispiel als Startnachricht hinterlegen. Dann habt ihr hier den Punkt Battery-Safe. Da könnt ihr, je stärker ihr das stellt, umso mehr wird Akku gespart. Ihr könnt hierüber auswählen, was euch angezeigt werden soll im Memory-Modus. Entweder die Frequenz oder die Kanalnummer oder eben der Kanalname. Da wählen wir jetzt mal den Namen aus, damit wir, wenn wir da Namen haben, das auch angezeigt wird. Dann gibt es noch weitere Einstellungen. Hierfür das VOX-Level, die VOX-Konfiguration oder beim Senden mit Dual-Bodge. Wenn Dual-Bodge aktiviert ist, wo gesendet werden soll. Hier auf dem A-Band zum Beispiel. Cross-Band, Receiving, Transmitting könnt ihr einstellen. Oder ob eine automatische Tastensperre erfolgen soll. Wie der Alarm funktionieren soll, aber den nutzen wir jetzt eh nicht mehr. Das könnt ihr hier ebenfalls einstellen. Und man kann sogar ein Passwort hier hinterlegen, was beim Einschalten dann eingegeben werden muss. Das weiß ich allerdings nicht genau, wie das funktionieren soll, denn es gibt zwar eine 10er-Tastatur, aber eben keine Buchstaben. Ja, das hier die Common Settings. Als nächstes haben wir dann hier den Bereich DTMF. Ich hatte schon im letzten Video gesagt, dass ich mich damit nicht wirklich auskenne. Das wird ja zum Beispiel genutzt bei Echo Link. Aber man kann auch von Gerät zu Gerät DTMF Nachrichten schicken. Aber wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich zeige euch hier nur ganz kurz, welche Einstellmöglichkeiten es hier gibt. Zum einen in diesem Bereich DTMF Settings. Ihr seht, es ist eine ganze Menge, was man hier konfigurieren kann. Es gibt hier auch diverse Auswahlmöglichkeiten. Group Call, Code und so weiter. Aber wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Und dann gibt es hier noch eine Liste, wo ihr bis zu 16 Kontakte hinterlegen könnt. Und in der Form hier Rufzeichen und dann die DTMF Nummer und das dann ebenfalls aus dem Gerät heraus abrufen könnt. Ja, viel spannender ist dann der nächste Bereich, der Bereich Channel. Denn hier haben wir zunächst einmal den Memory, die Memory Channel. Ich mache das mal hier etwas größer. Und das ist im Prinzip der Bereich, wo wir unsere Speicher hinterlegen können, unsere Repeater eintragen können. Es gibt insgesamt hier 200 Speicherplätze. Ich scrolle mal ganz nach unten. 200 Speicherplätze, die hier genutzt werden können und zur Verfügung stehen. Also reichlich Speicher für alle möglichen Relais, die man hier eintragen kann. Ja, ihr seht hier in der Übersicht, was da alles eingetragen ist. Und ja, wir machen mal einen Doppelklick hier drauf, damit ich euch hier mal zeigen kann, was man da alles eintragen kann. Also man kann hier zum Beispiel einen Namen hinterlegen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel unser 70 cm Relais. Geben wir das mal ein. Und das ist auf der 439, 100 zum Beispiel. Ja, und das kann man dann hier auch noch auf die Sendefrequenz hinterlegen. Und da entsprechend, wenn ihr eine Ablage programmieren wollt, dann müsst ihr das hier entsprechend per Hand quasi eintragen. Darüber hinaus gibt es dann hier die Möglichkeit, die Sendeleistung festzulegen pro Kanal. Ob hier für den Empfang bestimmte Töne genutzt werden sollen, also CTCSS oder DCS. Das schalten wir hier mal aus. Genauso fürs Senden. Aber wenn ihr da was hinterlegen wollt, CTCSS zum Beispiel, dann könnt ihr das hier dann in dem Bereich weiter konfigurieren, wenn ihr möchtet. Ja, dann gibt es noch den Punkt, wo haben wir es hier? Da könnt ihr die Bandbreite einstellen. Also ob Narrow FM oder Wide FM genutzt werden soll, der Hub quasi, den könnt ihr hier einstellen. Oder auch das Stepping könnt ihr hier einstellen. Das heißt, wenn ihr die Hoch-Runter-Tasten drückt oder im VFO-Modus seid, dann könnt ihr hier bestimmen, wie weit denn dann gesprungen werden soll. Das ist hier möglich. Ja, das nur mal so als Beispiel. Ich zeige euch aber gleich nochmal meine Konfiguration und da gehen wir nochmal ein bisschen detaillierter darauf ein. Ihr könnt natürlich hier solche Sachen auch nach unten verschieben. Das seht ihr hier hoch und runter setzen oder zwischendurch auch Kanäle wieder löschen mit Delete. Dann sind die hier wieder freigegeben. Als nächstes haben wir dann den Punkt VFO-Channel und das ist im Prinzip nichts anderes als das Gerät im VFO-Modus. Und da seht ihr, haben wir hier Einstellungen mit einer A am Ende und mit einem B am Ende. Das sind jeweils die Einstellungen unterschiedlich hier für die einzelnen VFOs. VFO A und VFO B. Und hier sind dann die Bereiche hinterlegt, die das Gerät empfangen kann. Ihr seht hier einmal diesen F1, das ist von 50 bis 76. Dann kommt ja von 76 bis 108 der UKW-Radio-Bereich. Dann von 108 bis 36 MHz haben wir den Flugfunkbereich von 36 bis 174. Da haben wir dann unser 2-Meter-Band zum Beispiel drin. Dann geht es weiter von 174 bis 350. Da haben die Amerikaner diese 220 MHz oder was das ist, wo die da auch noch senden dürfen. Dann gibt es den Bereich von 350 bis 400 und schließlich dann von 400 bis 470. Das ist dann, wo unser 70-Zentimeter-Band drin ist. Und als letztes dann der Bereich von 470 bis 600 MHz. Ja und hier können wir dann Konfigurationen auch drin vornehmen. Ich zeige euch das mal gerade, wenn wir zum Beispiel hier für die VFO B im 2-Meter-Band schon direkt etwas vorkonfigurieren möchten. Klickt man hier einfach mal drauf. Ihr könnt den Namen hier nicht ändern. Die Frequenz, die ihr hier eingebt, das ist die Frequenz quasi, die Standardfrequenz dann für diesen Bereich erstmal. Aber im Prinzip ist ja auch völlig egal, was ihr da eintragt. Ihr könnt hier unterschiedliche Frequenzen eintragen. Also wenn wir zum Beispiel hier sowas haben, wenn wir mal den 449 eintragen, dann hätten wir hier automatisch eine Ablage auch hinterlegt für diesen VFO-Modus. Das geht also auch quasi. Ja, hier können wir die Sendeleistung wieder vorher einstellen. Wir können die Bandbreite vorher einstellen, also den Hub einstellen. Wir können das Stepping hier einstellen und sagen, wie der dann springen soll, wenn wir die Hoch-Runter-Tasten drücken. Genauso ist aber auch möglich, hier CTCS und DCS-Töne auszuwählen für diesen VFO-Modus. Das kann man aber auch alles natürlich im Gerät noch konfigurieren. Das ist hier dann alles möglich. Und so könnte man das dann ins Gerät speichern, um eben, sobald man in diesen Bereich dann reingeht, gewisse Voreinstellungen automatisch schon hier gespeichert zu haben. So, ihr seht hier mal eine Konfiguration, eine fertige Konfiguration von Kanälen im MR-Modus, also im Memory-Modus. Da habe ich jetzt hier mal so ein paar Sachen angelegt, ein paar Relais angelegt, ein paar Notfunkfrequenzen angelegt. Ihr könnt hierfür bis zu 10 Zeichen nehmen für den Namen. Ja, und dann seht ihr das hier, ist das dann entsprechend angelegt mit CTCS-Tönen entsprechend hinterlegt. Ihr könnt aber nicht nur Sendefrequenzen hier hinterlegen, sondern natürlich auch Empfangsfrequenzen. Also, ich habe mir hier zum Beispiel die ganzen PMR-Kanäle oder Freenet-Kanäle mal reingesetzt, damit man die auch schnell abhören oder eventuell scannen kann. Und das geht natürlich auch relativ einfach. Da wird dann einfach hier alles so entsprechend eingetragen. Wichtig ist nur dabei, dass man hier auf diesen Punkt achtet, Frequency Step, denn dieses Stepping ist wichtig. Das muss also zur Frequenz passen. Wenn das Stepping hier nicht passt zur Frequenz, könnt ihr den Kanal nicht abspeichern. Da muss man also entsprechend das richtige Stepping dann auswählen. Dann ist das aber auch kein Problem, hier solche reinen Empfangskanäle quasi anzulegen. Ihr könnt auch natürlich hier AM-Kanäle anlegen. Ich habe hier beispielsweise mal einfach so einen Flugfunk hier angelegt, so einen Kanal. Und da muss man natürlich dann in der entsprechenden Frequenzbereich sein. Und dann gibt es hier diesen Punkt AM-Channel-Flag. Und wenn man den einschaltet, dann wird eben auf dieser Frequenz in AM und nicht in FM gehört. Auch andere Sachen sind möglich. Ihr seht hier mal einen Satelliten-Eintrag. Und da ist hier ganz einfach die Empfangsfrequenz im 70-Zentimeter-Band und die Sendefrequenz im 2-Meter-Band. Auch hier müsst ihr natürlich wieder darauf achten, dass das Stepping stimmt, damit das Ganze so abgespeichert werden kann. Aber so kann man sich zum Beispiel auch solche Satelliten und ähnliche Sachen hier anlegen. Ja, das Einzige, was hier fehlt, ist eine Import-Funktion oder sowas, um wirklich bulk jede Menge Kanäle reinzuziehen, wie jetzt hier zum Beispiel bei PMR. Ich habe hier einen Trick genutzt, den ich hier ganz kurz auch mit euch teilen möchte. Diese Datei, die man hier mit Öffnen oder Save, Abspeichern und Laden kann, das ist nämlich eine XML-Datei. Hier seht ihr mal einen Blick da rein, das ist also eine XML-Datei, die sehen ja so aus, haben so eine Struktur. Und da kann man auch ein bisschen weiter runter scrollen, dann kommt irgendwann der Punkt Channels-MR hier. Und in diesem Bereich sind dann die ganzen Kanäle abgespeichert. Ihr seht hier mal einen Kanaleintrag. Und um jetzt hier eine ganze Menge reinzukriegen, kann man natürlich Copy und Paste machen, also kopieren und einfügen. Und dann entweder nur Frequenzen schnell hier ändern oder aber, und das habe ich gemacht, man legt eine Excel-Tabelle an, hinterlegt dort Name, Index und Frequenz und kopiert dann einfach hier einen solchen Eintrag in Word rein, macht daraus ein Seriendruckdokument und zieht sich einfach die Sachen aus Excel raus und macht dann ein Seriendruckdokument und das kopiert man dann als reinen Text wieder hier rein. Und so habe ich zum Beispiel diese ganzen PML- und Freenet-Frequenzen hier relativ einfach und simpel reinsetzen können, dann in diese XML-Datei. Die speichert man dann ab und lädt die dann entsprechend hier wieder rein. Ja, dann kommen wir zum Bereich Scanlist. Hier gibt es zwei Scanlisten, die hier genutzt werden können. Mehr kann man leider nicht anlegen, also zwei Bereiche. Und wenn wir hier mal einen Doppelklick drauf machen, dann seht ihr im Prinzip, wie das Ganze funktioniert. Hier sind alle Frequenzen, alle Kanäle aufgelistet, die ihr hinterlegt habt. Und hier kommen dann diejenigen rein, die ihr durchsuchen möchtet in dieser Scanliste. Ihr könnt dann, wenn ihr wollt, hier unten noch den Punkt Open Priority Channel anklicken und dann zum Beispiel zwei Kanäle als Prioritätskanäle auswählen, dann werden die häufiger gescannt, sodass Aktivitäten hier auch direkt erkannt werden. Ja, und man kann hier, wie gesagt, zwei Stück nutzen. Wenn wir die zweite hier einmal sehen, dann könnte man zum Beispiel hier die ganzen PML-Frequenzen jetzt mal reinsetzen, um halt eben hier den Jedermann-Funk zu scannen. Hier oben die eine, die setzen wir noch zurück. Ja, und so könnten wir das hier anlegen und dann hätten wir in dieser Scanliste zwei eben diese PMR-Frequenzen und dann wählt man aus, welche Liste man haben will und aktiviert den Scan. Welche Liste standardmäßig aktiv ist, das könnt ihr hier drüber bestimmen. Wenn ihr Default anklickt, dann ändert sich das hier und so könnt ihr das dann wechseln. Ja, zu guter Letzt gibt es dann noch diesen Bereich FM Radio hier. Da kann man ebenfalls Frequenzen hinterlegen. Hier gibt es nicht viele Möglichkeiten. Man kann auch keinen Doppelklick machen, sondern man muss die Frequenzen hier direkt manuell eintragen. Also, was weiß ich, 100,9 zum Beispiel trägt man einfach ein und drückt Return. Es gibt auch keine Möglichkeit, hier Namen zu hinterlegen für diese Sachen. Und wenn man standardmäßig übrigens den FM-Modus, also den UKW-Bereich aktiviert, dann ist das auch standardmäßig im VFO-Modus und man muss dann erst mit Function und 1 in den Memory-Modus für das UKW-Radio wechseln, damit man auf diese Frequenzen dann zugreifen kann. Aber zumindest lassen sich hier 20 Stück dann entsprechend auch direkt hinterlegen. Ja, wenn man alles soweit dann richtig und fertig eingerichtet hat, dann kommt als letztes natürlich der Punkt, wo wir das Ganze wieder ins Gerät schreiben. Und dafür nutzen wir hier diese Write-Out-Funktion. Die klickt man einfach einmal an. Natürlich muss das Gerät verbunden und eingeschaltet sein. Und wenn ihr das dann habt, dann seht ihr, werden jetzt hier die ganzen Parameter in das Gerät hineingeschrieben. Das dauert ein bisschen länger als das reine Lesen. Also habt Geduld und wenn das dann fertig ist, gibt es auch nochmal hier so eine Meldung. Und dann startet das Gerät auch neu und dann könnt ihr es dann mit diesen neuen Einstellungen benutzen. Wenn ihr dann die Meldung bekommen habt, dass alles ins Gerät geschrieben wurde, dann könnt ihr das Kabel hier an der Seite entfernen. Ihr könnt es auch daran erkennen, dass das Gerät neu gestartet ist und dass nach dem Neustart sowohl auf der VFO A als auch auf der VFO B hier derselbe Kanal, nämlich der Kanal 1, dann zu sehen ist. Ja, dann können wir das hier einmal rausziehen, das Kabel und jetzt zur Seite legen. Ja, und wenn wir jetzt hier, ich schalte nochmal aus und nochmal ein, dann seht ihr, haben wir jetzt hier auch unsere Willkommensnachricht. Wir haben jetzt hier den Kanalnamen drin und wir können jetzt hier einfach mal durch die Kanäle gehen und so hier bequem jede Menge Relais dann in das Gerät einspeichern und diese nutzen. Ja, ihr findet unten in der Videobeschreibung natürlich den Link zur Quanscheng-Webseite und auch den Link direkt zum Download-Bereich, sodass ihr euch die Software da problemlos herunterladen könnt. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens auch einen Link zum Funkwelle-T-Shirt-Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk-T-Shirts kaufen könnt und mit dessen Kauf ihr dann auch den Betrieb hier auf dem Kanal so ein klein wenig finanziell unterstützt. Ich würde mich freuen. Ja, gerne könnt ihr mir eure Meinung zur Programmierung, zum Quanscheng oder auch eure Fragen dazu hier unten in die Kommentare reinhauen. Wenn ihr schon mal da unten seid, vergesst nicht auch einen Daumen nach oben da zu lassen, das würde mich freuen. Gerne könnt ihr das Video auch weiterempfehlen in eurem Freundeskreis oder in den sozialen Medien, damit wir hier gemeinsam weiter wachsen. Und vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr eben über die kommenden interessanten Videos auch informiert werdet. Zum Beispiel darüber, was das hier für eine interessante kleine Antenne ist, die ich hier jetzt an meinem Quanscheng habe. Das werde ich euch nämlich zeigen in einem der kommenden Videos, wo es jede Menge Tipps und Tricks hier noch zum Quanscheng zu sehen geben wird. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.